Ich befinde mich auf dem Testserver. Eigentlich wollte ich gerade ein Video zu dem Wunschfinder-Event machen, wo ich die Lösungen für Tag 4 bis 7 hochlade. Das Video wird auf jeden Fall heute Nacht um 1 Uhr kommen. Da hat mich gerade die Nachricht erreicht, dass ein neuer Gutscheincode am Start ist in AFK Arena und ich würde sagen, wir gehen einfach mal gemeinsam drauf und schauen uns an, was so in diesem Gutscheincode drin steckt. Ihr werdet es aber wahrscheinlich schon am Sunday gesehen haben. Ihr wisst es ja, dadurch, dass ich hier auf dem Testserver spiele, kann ich das unter die Einstellungen machen. Ich werde euch natürlich wie immer den Link von der Seite nochmal in die Kommentare reinpacken. Auf jeden Fall haben wir hier den Gutscheincode. Ist gut zum Kopieren, kann man sich vielleicht nicht ganz so easy merken. Wir drücken einmal auf Bestätigen. Was sehen wir? Es gibt 10 Stern-Deutungskarten, 10 Fraktionsschriftrollen und dann nochmal 60 von den ehrbaren Elite-Helden Seelenstein. Also die neuesten, das ist auf jeden Fall ganz nice. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wir sehen uns dann natürlich heute Nacht um 1 Uhr zu dem Wunschfinder-Event. Macht es bis dort und auf jeden Fall gut, Leute und ciao! Tschüss!